Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles, ich begrüße euch zu einer Zusammenfassung des 49. Live-Letters in Final Fantasy XIV. Es geht Schlag auf Schlag, 2.3. Februar, Fanfest in Paris. Am letzten Tag wurde der Live-Letter gelesen, nennen wir es mal so. Das betrifft jetzt eher noch den aktuellen Content, das heißt nicht das was in Shadowbringers kommt, sondern das was jetzt uns noch bis dahin betrifft. Und hier müsst ihr dranbleiben, denn am Ende gibt es eine mega Überraschung, das heißt man hat uns hier noch ein bisschen überrascht. Und vorweg gleich mal ein Hinweis, wie immer, ich habe einen Discord-Server für die Community errichtet, neu. Link ist unten drinnen in der Beschreibung, das heißt joint meinen Discord-Server, da wählt ihr aus welches Spiel ihr spielt, dann bekommt ihr nur freigeschalten, was euch interessiert. Das heißt, ihr seht nicht unnötige Spiele, wo ihr dann ewigkeitenlang runterscrollen müsst, sondern ihr kriegt echt nur das freigeschalten, was ihr eben spielt, was euch eben interessiert. So, somit starten wir jetzt gleich mal mit dem Produzenten-Live-Letter. Ich habe das hier ausgeblendet, den Inhalt. Ich greife wie immer mal auf Crystal Universe zurück, Link ist ebenso unten in der Beschreibung, danke wie immer an die Franziska. Und man hat uns schon mal als erstes mal gesagt, okay, der Zeitplan, wie sieht es aus mit dem Zeitplan? Und den habe ich jetzt hier, man sieht es ja eh, Patch 4, 5, 5 im Februar am 12. Das heißt, jetzt haben wir hier noch 8 Tage Zeit bei Aufnahme des Videos. Hier kommt das PvP-Hitten George, das gucken wir uns gleich an. Hier haben wir auch Videos dazu, Eureka Hüdatos. Ich bin ja jetzt nicht so der Eureka-Spieler, der Aktuelle, aber für die, die es interessiert. Weiter geht es im Patch 4, 5, 6 im späten März mit Hauptszenario-Quests. Hier sind wir gespannt, Hildibrand-Quest, neue wilde Stämme. 4, 5, 7 kommt dieser Weltenbesuch-Transfer-System, wie auch immer man es nennt, Weltenbesuch-System steht hier. Und 4, 5, 8 kommen schon die Anpassungen eben schon auf Shadowbringers hin. Also hier kommen dann eben schon diese Anpassungen, da jobt es schon langsam, denke ich mal. Fangen wir auch jedoch an mit Rival Wings. Neuer Modus im PvP, wer PvP spielt, ich mach's. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich hoffe, es ist besser als dieses Astralagos. Es sieht zwar jetzt ähnlich aus, wir haben wieder Maschinen, es wird ein Zug durchfahren. Aber bevor ich zu viel Quatsch, wir gucken uns zuerst mal das Video an. Das ist die neue Mäste, wo die zwei Team-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe. Ich bin der Karte, wo die Karte, wo ich nicht in den Hidens-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe-Werbe. Oh ja, ihr seht also, es sieht relativ interessant aus. Bin mal gespannt, wie sich spielen lässt. Gebe ich mir ganz ehrlich zu. Wär es dann ab 12. dann auch spielen und mal hineingehen. Zwei Teams kämpfen gegeneinander. Die Regeln, ähnlich sein wie in Astralagos. Hier haben wir schon. Weiterhin wird auch, es wird neue Mechas geben. Hier auch die, die vielleicht neu sind. Weil ich habe das gestern im Stream ein bisschen falsch ausgedrückt. Natürlich können auch Spieler hineingehen in diese Maschinen, die noch nicht drinnen waren, logischerweise. Aber dann bitte, lest euch die Skills durch, was diese Maschine kann. Ja, ganz wichtig. Also wenn ich drinnen sitze, investiert die 10 Sekunden. Guckt euch an, was können die Skills. Ballert nicht einfach drauf los, sondern lest euch das mal durch als Hinweis von mir. Macht es viel einfacher. Skills lesen. Kommandos lesen. Das macht es viel, viel einfacher. Dann gibt es Züge, die durchfahren werden. Das ist so wie eine Lieferung. Ich habe es verglichen mit Fortnite oder so, wenn irgendwas runtergeschmissen wird. Bei uns kommt halt ein Zug. Da steht auch drinnen, dass er Schaden verursacht. Aber es war auch in diesem Letter drinnen, dass das Ding auch irgendwie so loot abwirft. So habe ich es zumindest verstanden. You can claim the cargo which make include keys to powerful goptangs large quantities of ceruleum and more. Also das Ding wird auch was deliveren, also abliefern, so wie ich es verstanden habe. Ja, also relativ cool. Die Bilder seht ihr zwar jetzt auch, wenn ihr es groß haben wollt, denn wenn ich es groß mache, dann sitze ich mittendrin, wie man sieht. Das heißt, guckt euch die Bilder gerne auch auf Crystal Universe an natürlich. Weiter geht es. Hier dann schon mit Eureka. Hydatos. Letztes Kapitel. Die Geschichte findet ein Ende. Elementarlevel ist auf Level 60 jetzt. Die Ausrüstung kann verbessert werden. Hier also nicht nur Waffe, sondern auch Ausrüstung. Und neue Logogramme und neue Aktionen wurden hinzugefügt. Hier gibt es auch eine Live-Demonstration von Yoshi P. Die schauen wir uns jetzt natürlich auch an. Die Geschichte findet ein Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ARD Text im Auftrag von Funk 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 Und ja, somit nochmal der Hinweis, nicht vergessen den Community Server auf Discord und natürlich hier Kommentar, Like, Abo, hier lassen natürlich wie immer. Und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.